Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass ich dieses Webinar jetzt ein zweites Mal noch mal halten darf und möchte mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Karl-Heinz Brisching und ich bin der Region Manager in der Region DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz für M81. M81 ist ein unabhängiger Softwarehersteller mit dem Hauptquartier in Lyon und Frankreich und hat sich auf die Entwicklung von IBMI System Management System Software spezialisiert. So, Sie haben mich gesehen, ich werde jetzt die Kamera ausschalten, damit auch die Bandbreite erhalten bleibt und wir kommen bereits zur Agenda. Die Agenda, was wollen wir heute durch besprechen, wir wollen die Datensicherungen beleuchten, welche Voraussetzungen gibt es für Datensicherung, welche herkömmlichen Datensicherungen gibt es. Wir wollen die Nutzung der Flash-Copy-Technologie mit External Storage besprechen. Wir wollen auf die Funktionsweise von Flash4Eye eingehen. Wie kann uns Flash4Eye diese Flash-Copy-Technologie nutzen und auch welche vielen Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch und abschließen wollen wir das Ganze dann mit einer Live-Demo. Bevor wir zur Funktionsweise kommen von Flash-Copy und Flash4Eye kommen wir eben zu einem Idealfall von Sicherungen und da wäre natürlich, dass keine aktiven Benutzer und keine aktiven Jobs am System sind und das bedeutet, dass es Systeme während der Sicherung für einige Stunden nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen. Dieser Idealfall ist bei vielen Kunden ja sehr schwer oder gar nicht mehr zu erreichen. Zugriffe über das Web oder 24x7 Stundenbetrieb, Produktionsstätten verteilt über die ganze Welt, lange Sicherungszeiten und auch lange Batchverarbeitung in der Nacht und noch viele andere Gründe sind natürlich dafür verantwortlich. Welche Lösungsansätze gab es jetzt für diese Anforderung? Und ich sage bewusst Lösungsansätze, da es keine Ideallösungen sind. Im Prinzip haben wir da zwei Möglichkeiten. Das eine wärmere Datensicherung auf einer HA-DR-Partition am Standby-System oder eine Sicherung mit CFL-Active am Produktionssystem. Beide haben natürlich oder haben signifikante Einschränkungen. Es kann kein CFL-21 der Produktionselber am HA-DR-System durchgeführt werden. Ist ja eine andere ELBA. Die Objekte müssen auf das Standby-System repliziert werden und da kann es zu einigen Problemen kommen, wie fehlende Objekte verursacht durch Objektsperren oder neu erstellte Objekte werden schlicht vergessen zu replizieren. Ebenso muss der Datenbank im Ort für die Dauer der Sicherung angehalten werden. Dadurch erhöht sich natürlich entsprechend das RTO, Recovery Time Objective. Es können auch nur die Benutzerdaten und einige Systemobjekte gesichert werden, da nicht alles repliziert werden kann. Auch sind die Sicherungsbänder dann am falschen Standard und müssen zum Produktionsstandard gebracht werden. Bei Safe-Wile-Active erfolgt die Datensicherung am lokalen System. Aber hier gibt es genauso einige teilweise gravierende Schwachstellen. Zum Beispiel kann es zu längeren Wartezeiten bei komplexeren Umgebungen von mehr als 20 Minuten bis zur Erreichung des Synchronpunktes kommen. Ein defektes oder fehlendes Band kann zu Sperren bei der Nachtverarbeitung führen. Weiters besteht ein größeres Risiko durch gesperrte Objekte, da Safe-Elective eine Sperre auf die Objekte setzt und nicht alle Operationen während der Sicherung erlaubt sind. Und natürlich auch eine Gesamtsicherung oder Safe-21 ist mit Safe-Wile-Active einfach nicht möglich. Während der Safe-Wile-Active Sicherung werden auch zusätzliche Hardware-Ressourcen benötigt, welche das System auch verlangsamen können. Alles in allem für viele Kunden unbefriedigte Lösungen, die nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Aber gute Nachrichten, es gibt eine agile, umfassende und flexible Lösung für diese Anforderungen. Nämlich blitzschnelles Klonen der Plattenlohn einer Produktionspartition und die Datensicherung auf der Klonpartition mit minimaler Unterbrechung der Produktions durchzuführen. Welche Komponenten brauchen Sie dazu? Ganz einfach, Sie brauchen ein externes Storage-System, entweder Produkte der IBM Storewise Family oder IBM DS8000 bzw. auch andere Hersteller wie IMC VMAX werden hier unterstützt. Und unser Produkt Flash-Fi, welches die Flash-Copy oder Snapshot-Funktion am Storage-System von der IBM Partition steuert und alle Vor- und Nacharbeiten völlig automatisiert. Das heißt, Sie brauchen keinen externen Linux- oder Windows-Server oder zusätzliche Steuerungssoftware. Es wird alles mit Native IBM I-Befehlen von der IBM I-Produktionspartition gesteuert. Wie funktioniert das Flash-Copy? Flash-Copy ist eine Funktion des externen Storage-Systems. Flash-Copy ist nicht möglich mit internen Platten der IBM Brau-Systeme. Und Flash-Copy kann eine Sofortkopie von virtuellen Platten eines Storage machen. Dabei werden für alle Lohns der Quellpartition zusätzliche Flash-Copy Lohns oder virtuelle Platten erstellt. Diese werden zu Konsistenzgruppen zusammengefasst und für diese wird der Flash-Copy-Vorgang gestartet. Dabei wird der Datbestand zum Zeitpunkt X markiert und praktisch aufgehoben und interne Strukturen aufgebaut. Dieser Vorgang ist sehr schnell und dauert nur einen Augenblick. Auf die Daten kann der Sofortkopie die kann die Clone-Partition dann sofort zugreifen und unabhängig von der Produktionspartition zugreifen. Alle anschließenden Änderungen auf der Produktion werden dann zusätzlich abgespeichert. Das heißt die Produktion oder Quellpartition greift auf die aktuellen Daten zu, während die Clone-Partition unabhängig davon auf die Daten der Sofortkopie zugreifen kann. Wenn man das Flash-Copy stoppt, dann werden auch die Flash-Copy Lohns wieder geleert und zum Unterschied es ist keine Replikation zu einer Replikationssoftware. Wie kann das Flash-Copy jetzt verwendet werden? Wir vergleichen das gerne mit der Größe eines Eisberges. Manuell kann man das natürlich verwenden. Das heißt über ein GUI mit Storage kann oder mit Befehlen kann das Flash-Copy ausgelöst werden, verwendet werden. Dann kratzen sie mehr oder weniger an der Spitze des Eisberges. Manuell ist er natürlich nicht für täglichen Gebrauch. Das heißt wenn sie das automatisch täglich gebrauchen wollen, dann müssen sie schon Programme und Skripts erstellen und der Eisberg wird an der Oberfläche berührt. Je nach Automatisierungsgrad Funktionen und Kontrollen die gewünscht werden, umso mehr die Größe des Eisberges wird dann sichtbar. Und umso komplexer wird natürlich auch die Eigenentwicklung. Wenn sie das ganze ja doch professionell genutzt werden soll, das heißt alles automatisiert mit flexiblen Änderungsmöglichkeiten, übersichtlichen einfachen Kontrollfunktionen, Statusmeldungen, Job-Blocks, einer History der Klon-Vorgänge und Dashboards zum Management, dann wird der riesige Eisberg sichtbar und sie sind gut beraten, unser ausgereiftes Standardprodukt Flash-4Eye zu verwenden. Wie sieht nun die Architektur unserer Lösung aus? Es wird mindestens ein externes Speichersystem, ein Bausystem und IBMI-Partitionen benötigt. Der Zugriff von der IBMI-Partition kann direkt oder virtualisiert über BIOS-Partitionen und Fiber Channel Adapter erfolgen. Aus Redundanz könnten natürlich auch redundante Power-Systeme, gespiegelte Storage-Systeme und redundante BIOS-Partitionen verwendet werden. Eigentlich eine normale state-of-the-art IBMI Power Storage Infrastruktur. Jetzt zeige ich Ihnen das Herzstück des Prozesses. Ich werde Ihnen im Überblick die Techniken und Methoden erklären, die während des gesamten Prozesses verwendet werden. Zunächst einmal haben Sie hier eine vereinfacht dargestellte Standardkonfiguration eines Power-Servers, auf dem die Produktions-Partition läuft und die Speicherlösung, die die Festplatten der Partition hostet. Zuerst installieren wir Flash-Fire auf der Produktions-Partition. Dann richten wir Flash-Copy auf den externen Speicher ein, indem wir zunächst eine neue Gruppe virtueller Festplatten erstellen, die den Klon aufnehmen soll und dann die virtuellen Festplatte der Quelle und des Klons mit Flash-Copy verknüpfen. Schließlich erstellen wir über die HMC eine neue Partition auf dem Power-Server. Nachdem sie Flash-Fire vorbereitet ist, kann das Produkt mit dem Befehl FL-Clone verwendet werden. Dieser Befehl wird nur mit einem Parameter verwendet, der Umgebungs-Definition, Environment. Diese wird im Folgen als Szenario bezeichnet und ist der Parameter, der alle Informationen enthält, die Flash-Fire benötigt, um die darin beschriebenen Prozesse durchzuführen. Der Befehl, der zum Starten eines täglichen BMS Gesamtsicherung nötig wäre, zum Beispiel FL-Clone BMS-Full. Was passiert jetzt genau, wenn wir den Befehl FL-Clone verwenden. Zuerst wird die Quiz-Funktion durchgeführt, eine EPM-Funktion, die alles, was im Hauptspeicher steht, auf die Festplatten schreibt. Dann unmittelbar darauf wird das Flash-Copy gestartet, wodurch die Daten der Produktions-Partition für die Klon-Partition verfügbar werden. Anschließend wird die Klon-Partition gestartet. Während des EPLs werden mehrere Teile der Partitions-Konfiguration abgeändert. Die Netzressourcen werden deaktiviert, damit sie nicht versuchen, eine Verbindung zum externen LAN herzustellen. Eine eigene DSP-Verbindung zur Kommunikation zwischen Klon- und Produktions-Partition wird eingerichtet, damit Flash-Fire senden kann, was passiert ist und in welchem Zustand sich die Klon-Partition befindet. Die geplanten Jobs Einträge werden zuerst gesichert und dann angehalten. Die DEP-Ressourcen werden umkonfiguriert und angepasst. Alle Subsysteme werden gestoppt, damit auch keine Anwendungen und Dienste starten können. Das kontrollierende Subsystem wird geändert und auch die Partitionsnahme könnte geändert werden, falls gewünscht. Und noch einige andere Änderungen können durchgeführt werden, damit die Partition in einer Art eingeschränkten Modus hochführt und nur unser Sicherungsjob gestartet wird. Wenn der Klon fertig ist, können Sie Ihr übliches Sicherungsprogramm verwenden. Mit PRMS oder ohne PRMS. Und sogar ein Safe 21 ist möglich. Dadurch haben Sie ein Band oder in der VTL ein EPL-fähiges Medium und exakt den gleichen Stand, den Sie bei einer lokalen Sicherung hätten. Mit dem riesengroßen Unterschied, dass der Produktionsbetrieb nur ganz kurz oder gar nicht unterbrechen werden muss. Wenn die Sicherung fertig ist und die Daten auf Bändern sind, kann die Partition für andere Zwecke verwendet werden. Wie bereits erwähnt, hat Flash 4i eine Leitung für die Kommunikation mit der Produktionspartition eingerichtet. Damit können wichtige Informationen an die Produktionspartition übertragen werden. Und zwar direkt nach der Eingabe des Befehls FL-Clone. Gesendet werden die internen Protokolle von Flash 4i, die Systemprotokolle, die Protokolle der Sicherung und die Protokolle von PRMS. Mit dem Alert-Modul kann jetzt zusätzlich und optional E-Mails oder Nachrichten versendet werden. Entweder wenn der Prozess abgeschlossen oder ein Fehlerzustand aufgetreten ist. Auch bei Statusänderungen, während des ganzen Vorgangs, können Benachrichtigungen verschickt werden. Diese Funktion können Sie auch sehr gut in Monitoring-Lösungen wie Control 4i integrieren. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, kann die Partition angehalten werden oder sie bleibt aktiv und wird für weitere Zwecke verwendet. Und wenn die Partition gestoppt ist und sie nicht mehr benötigt wird, können Sie auch das Flash-Copy anhalten. Welche Sicherungsarten sind mit Flash 4i möglich? Man kann bestehende oder neue BMS-Sicherungssteuergruppen verwenden. Die BMS-Datenbank-User-PM wird nach Erfolg der Sicherung in die Produktionspartition zurückkopiert und damit alle Informationen der Sicherung auch auf der Produktion verfügbar. Dann natürlich ein SEF 21 Gesamtsicherung wie die Option 21 im Sicherungsmitglied. Es kann aber auch ein selbst erstelltes Zählprogramm verwendet werden und welches hier dann am Klon aufgerufen wird. Da die Clones unabhängig von der Produktionspartition sind, ergibt sich noch eine Vielzahl von weiteren Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel mehr Sicherheit bei Entwicklung und Fehlersuche. Zum Beispiel ein Paradigma in der Programmentwicklung ist ja die Entwickler fern von der Produktionspartition zu halten. Das heißt jedoch, die Entwickler sollten die Programme mit Produktionsdaten testen und debuggen, aber nicht auf der Produktion, sondern auf einer eigenen Testpartition. Vermeiden sie so eine Operation am offenen Herzen oder wie hier in unserem Kurzvideo eine Reparatur am fahrenden LKW. Anonymisierung der produktionsnahen Testdaten. In der DSWGO ist ja festgelegt, dass Testdaten analysiert werden müssen. Das heißt, ein Test mit unveränderten produktionsnahen Daten ist verboten und strafbar. Diese Anonymisierung ist aber sehr komplex und dauert auch lange. Auch werden viele Hardware-Ressourcen dadurch verbraucht. Meistens werden diese Daten auch länger und für andere Partitionen benötigt. Um sich die vielen Anonymisierungsläufe zu ersparen, kann mit Flashfire auch eine bereits aufbereitete Partition geklont und weiter verwendet werden. Wie geht das? Mit kaskadierten Flashcopy. Damit können Test, Development und QA sehr schnell mit aktuellen Daten wieder aufgebaut werden und man erspart sich das lästige und zeitraubende Wiederaufbauen der Partitionen vom Band. Der Vorgang läuft so ab, dass im ersten Schritt ein Klon von der Produktionspartition erzeugt wird. Die Anonymisierung, eventuell auch Reduktion der Datenbank wird dann auf diesen Klon durchgeführt und eine Arbeits- Zwischenpartition erzeugt. Die weiteren Partition wie Test, Development und QA können dann blitzschnell und wiederkehrend von diesen Klon oder Arbeitspartition erzeugt werden. Sie ersparen sich dann mit enorm viel Zeit und Energie für das mühsame und Zeitraum der Wiederaufbände der diversen Partitionen überband. Jetzt wäre es eigentlich Zeit, dass wir uns eine Demo anschauen. Dazu muss ich jetzt den Bildschirm wechseln und ich bin jetzt auf unserem Demo-System angemeldet und Sie sehen als ersten Schirm das Hauptmenü von Flash4Eye. Die ersten fünf Auswahlpunkte sind die Menüpunkte zum Kontrollieren, Informationen anschauen und Logs anschauen. Die weiteren Punkte 10 bis 15 sind hier für die Konfiguration. Hier können Sie Konfigurationen erstellen, installieren und auch Aktionen durchführen. Wir steigen jetzt in das Menü für Konfiguration ein und sehen uns einmal die Konfigurationsschritte an, die nötig sind bzw. möglich sind. Dazu nehmen wir uns die Auswahl 1, Work with Environment. Ich habe mir erlaubt, für diese Veranstaltung ja schon vorige Woche eine Umgebung zu erstellen, die nennt sich Power 3 Test. Die werden wir jetzt mal suchen und wir haben hier die Power 3 Test. Mit der Auswahl 2 können wir das jetzt ändern bzw. 5 ansehen und auch noch weitere Möglichkeiten. Wir sehen uns das Ganze jetzt mit 2 an und sehen hier im ersten Bildschirm, die ersten vier Zeilen zum Beispiel sind der Environment Name, dann die Seriennummer des Power Servers und auf welche Partition hier die Produktionspartition hier verwendet wird. Im zweiten oder mittleren Teil haben wir Informationen über das Storage System, wie die Konsistenzgruppe zum Beispiel heißt bzw. im dritten Teil haben wir Informationen über die Clone Partition. Die Clone Partition heißt eben Elber Clone 2. Und wenn wir jetzt weiter blättern, sehen wir, dass die ersten vier Zeilen immer gleich bleiben, dass ich immer weiß, in welchem Environment ich bin. Hier sehen Sie Informationen über das Produktiv, auf die Produktionspartition. Wir können auch independent ASP mit klonen. Normalerweise ist nur ein Syspass vorhanden, wenn auch ein ASP vorhanden ist, können wir dann auch mit klonen. Weitere Punkte sind hier Informationen über die Clone Partition. Welche Möglichkeiten haben wir oder welche Einstellungen müssen wir treffen? Ich habe gesagt, unsere Clone Partition, unsere neue Sander sollte dann Power3 Test heißen. Das ist die neue IP-Adresse, einige Ethernet-Informationen und ich brauche auch die IP-Adresse von der Produktion am Klon. Warum brauche ich das? Ich muss die Informationen zurückschicken. Ein weiterer Punkt ist, welche Aktionen sollen am Klon passieren? Soll die Elber aktiv bleiben? Also Keep. Oder soll die Partition beendet werden? Das wäre dann End-Elber bzw. auch End-Flash-Copy. Dann würde sowohl Elber als auch das Flash-Copy beendet werden. Wenn wir jetzt weiter blättern, kommen wir zu einem interessanten Parameter, der heißt jetzt Function to Perform and Clone. Ja, hier habe ich jetzt die Möglichkeit sozusagen meine Sicherungsläufe anzugeben. Entweder BMS oder Safe21 oder in unserem Fall, ich will jetzt eine Test-Partition erzeugen, habe ich hier New-Konfiguration ausgewählt. Und die Konfiguration, merken wir uns, heißt Power3 Test. Also bei uns heißt alles Power3 Test. Die neue Partition heißt so, das Environment heißt so und die neue Konfiguration heißt auch Power3 Test. Wenn ich jetzt aber eine BMS-Sicherung machen will, dann muss ich hier BMS21 eingeben und achten Sie jetzt, ändern sich sofort die Parameter. Ja, das heißt jetzt werden dann entsprechende Parameter angezeigt, die für ein BMS21 eben nötig sind. Das heißt die BMS-Kontrollgruppe, was ich schon erwähnt habe, hier können Sie die BMS-Kontrollgruppe angeben, die Sie schon erstellt haben und so weiter und so weiter. Bei Safe21 schaut es auch wieder etwas anders aus. Da muss ich etwas mehr eingeben, da ich ja kein BMS habe. Da muss ich eben das Volume-Name eingeben, den Tab-Drive eingeben und so weiter. Also so kann ich bei jedem gewünschten Sicherungslauf die Parameter eingeben. Wenn ich jetzt weiter blättere, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, bei verschiedenen Starten des Klon-Vorganges Exit-Programme zu hinterlegen und so noch das Ganze zu beeinflussen. Sie sehen hier, wir haben neun Exit-Punkte. Die ersten zwei Exit-Punkte sind auf der Produktion. Das heißt, bevor das Flash-Copy gestartet wird und nachdem das Flash-Copy gestartet wird, kann ich noch zusätzliche Commands oder kleine Programme praktisch aktivieren und laufen lassen. Die nächsten Punkte sind dann am Klon. Also die Exit-Punkte 3 bis 6 sind am Klon. Hier können eben zu diversen Seiten des Klon-Vorganges Exit-Programme angesprochen werden und das Gleiche ist dann wieder nach der Sicherung. Können auch hier auf der Produktion wieder einige angesprochen werden. Hier erreiche ich maximale Flexibilität und auch sozusagen kann ich das, was im Standard ist, noch ein bisschen ergänzen. Das war es eigentlich im Prinzip und ich würde mir jetzt gerne, wir haben gesagt, wir machen eine neue Konfiguration. Wir erstellen eine neue Test-Partition und wir haben eine neue Konfiguration. Das heißt, ich gehe jetzt wieder ins Hauptmenü und wähle jetzt hier die Auswahl 12 und mache das Re-Konfigurationsmenü und die Auswahl 1 ist eben die Re-Konfiguration. So, wir haben gesagt, Power 3 Test. Wenn ich hier jetzt in diese Definition reingehe, dann habe ich jetzt folgende Möglichkeiten. Wenn ich eine neue Partition erstellen will, habe ich andere Vorgaben, als ich will, ich nur eine Sicherung mache. Wenn ich eine neue Partition erstellen will, brauche ich andere Parameter und andere Definitionen und Konfigurationen. Ich kann zum Beispiel die Netzwerk-Attribute hier einstellen. Ich kann Einträge für die Jobs-Kidule anhalten oder laufen lassen. Ich kann das BMS-Netzwerk deaktivieren und so weiter und so weiter. Hier sind einige Seiten, was ich alles machen kann. Ich kann Ethernet-Lines angeben, diese BIP, ich kann den Host-Namen ändern, diese BIP-Konfiguration völlig umdrehen. Ich kann auch Netz-Server-Geschichten, Netz-Server definieren. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Relationale Datenbank. Wenn ich eine neue Partition klone, will ich auch einen neuen Relationalen Datenbank haben. Den kann ich natürlich auch ändern und sozusagen die Produktion, die Alias hinzufügen. Weiters kann ich natürlich einige Systemwerte ändern, wie das QCTL als kontrollierende Subsysteme angeben oder je nachdem, was ich heute will. Als Startprogramm kann ich geben und ich kann das Ganze auch in Restricted-Mode hochfahren oder eben in Konfiguration machen. Was noch ganz wichtig ist auch, ich kann natürlich bei Development-Systemen oder Testpartitionen, wo ich schon zusätzliche Objekte erstellt habe oder User-Profile erstellt habe, Development-Umgebung, die kann ich dann praktisch, ja muss ich natürlich vorher auf Band sichern und kann es dann automatisch von diesem Band auch wieder restauren lassen. Also das sind die im Groben, die Einstellungen, die ich sozusagen für eine neue Testpartition machen muss. Und wir gehen jetzt ins Hauptmenü zurück. Ich habe diesen Klon-Vorgang heute in der Früh einmal gestartet und mit der Auswahl 1, Display-Cloning-History, kann ich mir jetzt diese History anzeigen. Und hier sehen wir die Environment-Namen und einige Zahlen. Wir sehen hier, jeder Klon hat eine eigene Nummer bei uns, fortlaufende Nummer. Das Startdatum des Klon-Befehls und welchen Status er hat und wie lange eben das Ganze gebraucht hat. Und mit 6 kommen wir in das, kommen wir das rein, in das Flash-4-I-Lock. Wir gehen jetzt ganz am Anfang, das ist in unserem Fall unten, das sehen wir hier, um 8.52 Uhr hat diese Prozedur gestartet, die Portrait-Prozedur gestartet und dann wurden halt die einzelnen Schritte alle durchgeführt, die wir definiert haben. Hier sehen Sie die Quiz-Funktion durchgeführt, die wichtig ist, dass alle Daten vom Hauptspeicher gestartet wurden und anschließend das Flash-Copy. Weiters im AP-Adressen geändert, die CBP-Adressen geändert, alle Konfigurations-Sachen, die wir halt definiert haben, wurden durchgeführt und die Partition wurde gestartet. So, wir steigen, um das Ganze zu vervollsteigen, steigen wir jetzt in diese Partition ein. Wir sehen hier, es ist die Power-3-Test. Wir haben auch das Q-Inter-Subsystem gestartet und melden uns jetzt mal kurz an. Und wir sehen jetzt hier auch wieder das Hauptmenü. Wir sehen uns mal kurz die Netzwerk-Attribute an. Sie sehen hier, die Netzwerk-Attribute wurden geändert und die Relationale-Datenbank-Einträge wurden auch geändert. Also alles, was wir definiert hatten, wurden entsprechend hier auch durchgeführt. Ja, also unser Klon-Vorgang wurde praktisch durchgeführt, war in einigen Minuten fertig und das Test-Partition ist jetzt verfügbar. Wir kehren jetzt zurück zur Präsentation und benäuchten noch einige Punkte. Zum Beispiel, welche speziellen Nutzungsarten gibt es noch für Flash-Fi? Also wir haben natürlich Sicherung kennengelernt, wir haben Gesamtsicherungen und wir haben auch Test-Partition, Development-Partition und kaskadiertes Flash-Copy kennengelernt. Aber es gibt noch einige andere. Warum? Weil die Klons unabhängig von der Produktions-Partition sind, ergeben sich noch viele weitere Zugsmöglichkeiten. Zum Beispiel Datenaufbereitungen über SQL oder PC-Copy können hier einfach getestet und durchgeführt werden, ohne die Produktion zu beeinflussen oder zu zerstören. Natürlich eigene Klons für Test-Entwicklung haben wir schon besprochen, aber auch mehrere Klons am Tag für Wiederherstellung, Referenz- und Vergleichszecken oder mehrere Sicherungen zu verschiedenen Zeitpunkten sind möglich. Wir haben ja schon sehr viele Kunden installiert und manche machen alle zwei Stunden so eine Sicherungskopie. Er wird nicht auf Band gesichert, alle zwei Stunden, aber einfach der Klon wird durchgeführt und manche machen zwei Sicherungen pro Tag oder drei Sicherungen pro Tag, je nachdem wie die Anforderungen sind. Weiters können wir das auch in der Hochverfügbarkeitsumgebung sehr gut integrieren. Mit zwei getrennten Rechenzentren kann das Flash sowohl am lokalen Server und Storage ausgeführt werden, aber auch am remoten. Und alles gesteuert eigentlich von der Produktionselber. Ob das jetzt Remote Mirroring, Storage Spiegelung oder Software-Replikation bekannten Produkten spielt hier keine große Rolle. Für jedes Szenario gibt es eine Lösung. Wie schaut unser Lizenzmodell aus? Wir haben zwei Modelle mit einer jährlichen Software-Erwartung, Lizenz plus jährige Software-Erwartung und ein Subscription-Modell inklusive Software-Erwartung. Und wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Test-Installationen, ist jederzeit auch möglich. Was sind denn nun die Stärken und die Voraussetzungen? Flash-Fi ist ein komplektes Produkt. Es ist alles automatisiert, alles einstellbar. Sie haben viele Funktionen und Parameter. Und es ist einfach nicht nur Flash-Copy starten und beenden. Es ist auch simpel und einfach zu installieren. 90% unserer Installationen benötigen weder Eigenentwicklung noch zusätzliche Scripts. Es ist auch einfach zu nutzen, vollautomatisch. Ein Befehl zum Ausführen, wir haben es gesehen, FL-Clone. Und wir bekommen auch viele Rückmeldungen und Berichte zum Kontrollieren. Und es ist auch einfach zu aktualisieren. Eine neue Version ist in einigen Minuten eingespielt, alles vollautomatisch. Wir haben auch eine gewisse Offenheit. Wir unterstützen IBM und Non-IBM-Storage. Wir haben viele Exit-Programme, also Exit-Möglichkeiten für Programme. Und wir haben auch, wie Sie haben es gesehen, ich habe es etwas angedeutet, viele andere Nutzungsmöglichkeiten. Weiters lieben wir mit Dokumentation und Hotline-Support geplante Versionen. Derzeit haben wir die Version 4 seit Jänner 2021 verfügbar. Nächstes Jahr ist die Version 5 im Raum. Und zusätzliche Funktionen werden eben auch während des Jahres nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Wir haben auch bereits viele Referenzen. Wir haben mehr als 200 Elpers installiert. Darunter kleine und große Unternehmen. Sowohl in Deutschland, Österreich, als auch in 17 Ländern in Europa und auch bereits in den USA. Welche Voraussetzungen haben wir? Gar nicht so viel. Wir brauchen alle Fakesplätten extern. Das ist klar. Wir unterstützen aber bis nach Version 7.1 runter. Und wir brauchen HMC und für die Clone-Partition noch einige Ressourcen. Am Storage-System braucht man natürlich die Funktion Flash-Copy. Das ist aber meistens in so Bundle-Lizenzen vorhanden. Und bei anderen Speichersystemen oder EMC-Farmacs braucht man natürlich die äquivalente Funktionen zum Flash-Copy, wie die Snapshot-Funktion. Der zusätzliche Plattenplatz ist abhängig von der Nutzung. Für tägliche Sicherung haben wir ca. 20% von der Produktions-Partition. Das ist ein Mittelwert. Manche werden mehr brauchen, manche weniger. Und bei anderer Nutzung, weil ich eine Test-Partition erstelle, dann kommt es natürlich auch ab von der Laufzeit der Clone, ob ich es drei Monate habe oder vier Monate, da kann es dann natürlich bis zu 100% gehen. Das sind unsere Kunden, Sie können es dann nachlesen, Sie bekommen ja die Konfiguration. Das sind unsere Ansprechpartner. Bruno de Verne als weltweiter Sales- und Partner-Manager, spricht englisch und französisch. Unser CTO und Gründer Pascal Ruckabutsch. Und ich als Ansprechpartner in der Region. Ja, meine Damen und Herren, das war in Kürze ein Vortrag über diese blitzschnelle Möglichkeit, eine Sicherung durchzuführen, Gesamtsicherung bzw. Test-Entwicklungspartitionen zu erstellen. Und gerne warte ich jetzt Ihre Fragen. Ja, Karl-Heinz, vielen Dank. Das war ja Wahnsinn hier. Du hast ja die ganze Galaxie hier durchkreuzt. Also jedenfalls, was mir so aufgefallen ist, das Ding ist ja mehr als flexibel, also besticht durch eine hohe Flexibilität. Und da steckt eine ganze Menge Kompetenz drin. Jetzt mal so unter uns Pfarrerstöchtern. Wie lange braucht es denn, bis so eine Konfiguration so eingerichtet ist, dass sie auf Knopfdruck oder automatisiert funktioniert? Ja, also wenn wir das installieren, rechnen wir mit zwei Tagen, dass das Ganze auch wirklich alles ausgetätzt ist und mehrere Sicherungsläufe definiert sind. Ist natürlich, wir setzen da schon einiges voraus, dass wir eine HMC haben und aus der HMC schon Vorbereitung gemacht sind, die eine Partition erstellt wurde. Und natürlich, wenn ich jetzt in einer virtualisierten Umgebung bin, muss auch ein gewisses Zahnsohnen erfolgen. Aber sonst sind wir normalerweise in ein bis zwei Tagen fertig. Obziehungsweise ohne, um das Ganze zu optimieren, aber ein bis zwei Tage sind ein guter Wert. Karl, ich habe da eine Frage aus dem Publikum. Da steht, ich lese mal einfach vor, kann man den Klon direkt so konfigurieren, dass zum Beispiel bestimmte Bibliotheken nicht mitgeklont werden? Oder wird immer alles geklont und muss nach dem Klonen gelöscht werden? Ja, also die Flash-Gruppe kann nur die ganze Konsistenzgruppe klonen. Das heißt, alle Bibliotheken, alle Objekte. Und wenn ich welche nicht will, die muss ich dann löschen. Kann natürlich automatisiert werden mit einem kleinen Exit-Programm, wo nach dem Hochfahren der Partition diese Objekte gelöscht werden. Wunderbar. Also, meine Damen und Herren, der Karl-Heinz Brüsching, der ist nicht zwölf Millionen Lichtjahre entfernt, wie hier auf der Folie, sondern maximal so weit wie Ihr Telefon oder Ihr E-Mail-Client. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an ihn. Ich glaube, der ist ein richtig guter Experte für alles, was Datensicherung, Restore und Recovery und alles, was damit zusammenhängt ist. Karl, ich bedanke mich sehr bei Dir für die tollen Ausführungen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich beende jetzt die Session und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, von mir auch einen schönen Tag. Ja, von mir auch einen schönen Tag. Ja, von mir auch einen schönen Tag.